Zum Start der heutigen Spielerkarriere-Folge war unser Held Enrique Silva doch relativ normal unterwegs, kann man sagen. Natürlich hat er eine gewisse Sache gefehlt, nämlich das Auto, aber für die Leute, die die letzte Folge gesehen haben sollten, findet ihr auch nochmal oben rechts in der Infokarte verlinkt, wissen da Näheres, warum eben dieser Zustand gerade vorhanden ist, warum Enrique Silva jetzt auch in nächster Zeit erstmal nicht mit dem Auto unterwegs sein wird. Nach der Trainingseinheit hat also einen stinknormalen Startrundgang gemacht, hier und da vielleicht ein bisschen was eingekauft und eigentlich scheint das hier ein stinknormaler Tag zu sein, war es auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als den guten Enrique Silva eine doch sehr, sehr, sehr erfreuliche Nachricht erreicht hat. Neben den Strapazen außerhalb des Fußballfeldes lief es auf dem Fußballplatz umso besser und unser brasilianischer Youngster erhielt seine erste größere Auszeichnung mit dem Preis zum Bundesligaspieler des Monats. Für den Monat Oktober hat dafür unter anderem auch eine Auszeichnung verliehen bekommen, doch diese Auszeichnung bedeutete nur mehr als das. Denn in FIFA 19 Ultimate Team ist es üblich, dass auch die Spieler von der Bundesliga, die zum Spieler des Monats gewählt wurden, eine besondere Spieler des Monats Karte erhalten und das ist eben auch bei Enrique Silva der Fall gewesen. So erhält also seine stinknormale 72er Silberkarte ein richtig dickes, fettes Upgrade für die Karte zum Spieler des Monats und wie die Karte aussieht, darauf war Enrique Silva erstmal selber gespannt. Und so ging es dann also, natürlich nicht im Auto, im Vollsprint von der Innenstadt Bremen bis zur Region seiner Wohnung, wo er dann auch letztendlich angekommen war und sich dann auch seine Ultimate Team Karte anschauen konnte. Noch kurz die nötigen Squad Building Challenges abgeschlossen und da haben wir sie also, die Enrique Silva Spieler des Monats Karte mit einer Bewertung von 85. 89 Tempo, 80 Schießen, 82 Passen, 85 Dribbling, 43 Defending, 72 Physis ist noch eine ganz ordentliche Karte für einen Rechts-Mittelfeldspieler. Eben würde ich mal sagen, geht auf jeden Fall fit für die allererste Special Karte. Mit den Informs hat es noch nicht so ganz geklappt, aber dafür jetzt eben Mitte der Auszeichnung. Zum Spieler des Monats würdet ihr die Karte in euer FIFA 19 Ultimate Team einbauen, vor allen Dingen so zum Start, wo jetzt gerade noch nicht jeder unbedingt die krassesten Teams hatte. Würde mich interessieren, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch rein starten mit dem Gameplay. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge der FIFA 19 Spieler Karriere. Für die heutige Folge stehen unter anderem in der Liga Spieler an, gegen den SC Freiburg, vor allem natürlich noch die Länderspielpause, gegen den SC Freiburg, gegen die Bayern und gegen Düsseldorf. Eigentlich zwei sehr schlagbare Gegner und dann sind da halt noch die Bayern. Aber ich denke mal, vor allen Dingen nach der letzten Folge haben wir definitiv einiges an Motivation getankt, und versuchen zumindest Minimum sechs Punkte von neun zu holen. Am besten natürlich sieben oder einfach neun Punkten von drei Spielen, wäre natürlich das absolute Ideal. Aber ich denke mal, sechs Punkte aus neun Spielen wäre definitiv auch ein sehr gutes Ziel, was man auch definitiv erreichen kann. Der erste hat übrigens Platz sechs in der Tabelle, 16 Punkte, nach vorne ist definitiv auch noch Luft vorhanden. Jetzt sind erstmal zwei Wochen eine Länderspielpause angesagt, und ich würde mal sagen, die versuchen wir mal ein bisschen schneller hinter uns zu bringen. Wir legen also los mit dem ersten Spiel der heutigen Folge auswärts gegen Freiburg geht es ran, vorab. Ich muss mich wirklich, es ist unfassbar, Leute. Ich kann es nicht glauben, wie krass ihr einfach auf diese Serie eskaliert mit dem Support. Letzte Folge wieder über 5000 Likes, 60.000 Klicks, mega viele geile Kommentare. Wirklich ein unfassbar großes Dankeschön für die viele Liebe, die auf diese Serie zeigt. Umso mehr würde es mich freuen, wenn wir auch auf die heutige Folge 5000 Likes packen würden. Wäre extrem nice von euch, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft auch nichts weiteres mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem ersten Spiel der heutigen Folge der Spielerkarriere gegen den SC Freiburg. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und sehen uns in der ersten Szene wieder. Komm, Junge, Attacke. Hasse. Ah, fängt nicht gut an. Hasse. Oh, was machst du denn da? Hau den Ball doch raus, aber nicht sowas. Oh Gott. Ja, fängt schon mal gut an. Oh, oh. Ah, gefährlich. Oh, erste Chance für Freiburg. Auf Selassie. Schön gespielt. Oh, dann spiel doch den Ball weiter. Mein Gott. Parkiert den doch. Nein. Oh Gott, Junge, war das knapp. Ah, hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Jawohl. Und unten lang. Schönes Ding. Schönes Zusammenspiel. Oh, das allererste Mal. Harnik ist da noch da. Oh, ja, Harnik. Tschüss. Ja, bei der Anzeige wird dann auf jeden Fall einen Platz gespart, ne? Freiburg ist da nicht mehr drauf. Also, ja, nee. Kein Platz mehr für Freiburg gewesen. Nur noch für Bremen. Das war nicht mehr im Budget. Oh nein, sag nein. Er ist nicht mit dem Ball ins Aus gelaufen, oder? Nein, er ist, nein. Nein, er ist nicht mit dem Ball ins Aus... Ach, Mann! Ah, nein. Oh, er schie... Dein scheiß Ernst, Molloff. Nur weil das einmal in der Saison geklappt hat, machst du das jetzt tausendmal? Schöner Konter. Schöner Konter. Muss einer mitlaufen. Rashica. Spiel weiter. Komm. Nein, er spielt die natürlich wieder nicht, ey. Es ist so Mobbing. Ja, und jetzt kriege ich den Ball irgendwie. Ey, ich hasse es, Mann. Ich hasse es. Spiel doch den Ball, wenn ich ihn fordere. Wozu gibt es denn diese Forderungstasten, wenn die KI sowieso drauf scheißt? Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, ist vorbei. Ja, super. Vorbei. 0 zu 0 gegen Freiburg. Absolut langweiliges Spiel. Wir hatten eine große Chance. Die ist leider daneben gegangen. Einmal, muss ich sagen, war ich ein bisschen zu egoistisch. Aber ich weiß auch nicht, warum der Trainer denkt, dass wir als Werder Bremen, als Werder Bremen uns es leisten können, gegen Freiburg mit B11 zu spielen. Mit Capino im Tor. Mit sonst wem auf einmal von Anfang an. Wieso denkt der Trainer, dass wir uns das leisten können? Weil wir einmal in einem Jahr auf Platz 6 sind oder was? Scheint so zumindest zu sein. Also das ging komplett in die Hose. Und jetzt gehen wir mit so einer Moral gegen Bayern rein. Super. Läuft. So, währenddessen haben wir nochmal die nächste Trainingseinheit mit unter anderem Upgrades in Schusskraft und langer Pass. Aber leider noch nicht in der Gesamtbewertung. Da sind wir aber kurz vor der 79. Übrigens, für die Leute, die gefragt haben, warum ich nur dreimal trainiere, liegt einfach daran, damit wir den Spieler nicht zu hart pushen. Und ich denke mal, dreimal ist noch okay. Wenn wir jetzt fünfmal machen würden, wird er eben noch viel schneller steigen. Und das wollen wir eben nicht. Dass er nach einer Saison schon gefühlt eine 90 hat. Boah. Trainer lobt außergewöhnliche Leistungen von Silver. Ja. Was bleibt einem auch anderes übrig, ne? So ein Ding ist das. Das Unentschieden gegen die Freiburger, die übrigens Solida-Tabellen 17. Also da lassen wir besonders gerne Punkte liegen. Heißt für uns derzeit Tabellenplatz Nummer 17. Äh, ne, wir haben 17 Punkte und sind auf Platz 7. Genau, so wollte ich es eigentlich sagen. Und die Bayern auf Platz 2. 24 Punkte. Relativ, ja, weit entfernt von uns. Mit 7 Punkten Vorsprung. Aber ich denke mal, es ist unmöglich. Irgendwie spielen wir gegen solche Vereine immer besser als gegen die kleinen Mannschaften. Wir sind so quasi wie das Liverpool, was Klopp eigentlich übernommen hat. Also die haben auch immer nur gegen große Mannschaften gewonnen gehabt, anfangs. Und gegen die kleinen, so Chris the Palace oder wie die nicht alle heißen, immer verloren. So gut wie. Na dann legen wir auch los. Heime gegen die Bayern. Die ja auch unter anderem, was wir gehört hatten, Interesse an unserem guten Kollegen Enrique Silva gezeigt haben. Was daran dran war jetzt letztendlich, weiß man natürlich nicht. Die werden sich das, denke ich, mal auch anschauen. Und vor allen Dingen jetzt, wo ein Silva gegen die Bayern spielt im direkten Duell. Und da würde ich sagen, dann legen wir los und sehen uns gleich im Spiel wieder. So, dann legen wir auf jeden Fall los. Erstes richtig, richtig dickes Top-Spiel aus der Bundesliga für uns in der Saison. Klar, wir haben schon gegen Gladbach und Leverkusen und so gespielt. Aber die Bayern sind da, glaube ich, nochmal eine Stufe oder zwei Stufen drüber. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen, wer da spielt. Weil beispielsweise im Tor, habe ich da gerade gesehen, war nicht Manuel Neuer. Ja, beste Defensive, gerade mal neun Gegentore, wir dagegen, immerhin, fünfter Platz, 13 Gegentore, ist in Ordnung. Also zumindest kann man sagen, haben wir von keinem Gegner mies auf die Fresse bekommen. So, wir sehen die Bayern unter anderem mit Plizarie im Tor. Okay, sehr, sehr interessant. Awuja für die Innenverteidigung. Lato als Linksverteidiger. Was für eine Mannschaft spielt denn da bitte? Also entweder die nehmen uns gar nicht für ernst. Schabani und Rashford, okay. Rashford ist stark, aber scheinbar nehmen die uns nicht richtig für voll. Soll, vielleicht ist das gut für uns, dass die mehr mit Jugendspielern spielen. Vielleicht sind die aber auch noch extra motivated und werden uns hier komplett zersägen. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's, ich bin auf jeden Fall heiß. Oh, oh. Ah, ja, komm Konter. Jawohl. Jawohl. Schönes Ding. Warte ab, warte ab. Genau so. Genau so, genau so. Und wir müssen uns irgendwie gegen Bot-Tang durchsetzen. Oh, scheiße. Nur unter Druck bisher. Wir spielen wirklich richtigen Müll. Schöner Pass von Small Off. Jetzt müssen wir mal irgendwas draus machen, ne? Wie so ein Ball in die Mitte. Ja, immerhin Ecke rausgeholt. Also so schlecht ist das nicht. Ein bisschen Drag-Back, ein bisschen tricksen. Ah, und jetzt den Pass spielen. Jawohl, das ist wunderbar gespielt von uns, eingeleitet. Und da ist das 1 zu 0. Heim gegen die Bayern. Unfassbar. Die erste richtig gefährliche Chance. Und schon ist der Ball drinne. Enrique Silva leitet es ein. Wunderbar gemacht. Ehrlich gesagt, hatte ich gar keinen Plan, was ich da mache. Aber es hat funktioniert. Wir sehen hier, der Ball durch die Lücke. Welkomisch, glaube ich, ist es leitet ihn direkt weiter. Und er ist der Vorschütze. Ist die Frage, wie da ist es Kevin Möhwald? Auch schon in der letzten Folge seine Eindrücke bewiesen oder Eindrücke gezeigt oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Hat er definitiv eindrucksvoll gespielt. Und auch hier wieder mit dem Tor gegen die Bayern. Sehr, sehr stark. Und wir führen tatsächlich gegen den Rekordmeister. Unfassbar. Ja, das war es mit der ersten Halbzeit hier gegen die Bayern. Ich bin unfassbar zufrieden. Wir hatten zwar nur eine richtige Chance, aber ganz ehrlich, wir haben die genutzt und wir führen 1 zu 0. Also ganz ehrlich, da können die Bayern auch tausend Chancen haben, wenn sie die nicht reinmachen. Wenn sie dafür zu doof sind, dann ist das auch nicht unsere Schuld. Also ich bin definitiv zufrieden. Wieder mal gegen so eine große Mannschaft. Läuft es besser als gegen den SC Freiburg. Aber gut, soll mich nicht stören. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die zweite Halbzeit. Und sehen uns auch da natürlich wie immer in der ersten Szene wieder. Oh, stark durchgesetzt. Und der Abschluss. Und der ist drin. Oh mein Gott. 56. Minute. Enrique Silva mal wieder mit einem Tor. Und wie stark und geil ist das gemacht, Alter. Anmüller vorbei. Durch die Mitte. Durch zwei Mann. Und was ein Abschluss. Unfassbar. Da kann der Keeper selbst, wenn da mal ein Neuer am Tor wäre, da kann er doch gar nichts machen gegen. Reingebumst. Holy Shit. Und der Trainer freut sich. Er lobt mich. Und ich zahle es direkt zurück. Mit dem Tor gegen die Bayern. Mittlerweile ist es Sonsortor Nummer 5 für Enrique Silva. Und was ein wichtiges. 2 zu 0 gegen die Bayern. Unfassbar stark einfach nur. Jetzt komm. Nicht aber raushauen. Genau. Und kontern. Oh, ist das stark gespielt. Und unten. Jawohl. Silva auf Rashica. Komm. Das könnte sein. Rashica flankt den Rhein. Und wieder ist der Balltor im Tor. Versprecher, Verbrecher. Fedor Smolov. Und wieder von uns eingeleitet. Rashica mit der genialen Flanke. Boateng steht nicht nahe und dran bei Smolov. Der hat so viel Platz in der Mitte. Und köpft das Ding rein. 3 zu 0 für uns gegen die Bayern. Es ist unfassbar, Leute. Es ist wirklich sensationell. 3 zu 0. Siegt die Bayern. Nehmen uns gar nicht für voll. Spielen damit Akujamuja. Und wir gewinnen hier einfach. Wir führen 3 zu 0. Celasti spielt den zu uns in die Mitte. Aber der kommt wieder zu Smolov. Und da ist es 4 zu 0. Was geht denn hier einfach nur ab? Es ist unfassbar. 4 zu 0 gegen die Bayern. Mann, ich komme nicht dran. Ich grätsche daneben. Aber Smolov ist zur Stelle. Zusammenspiel mit unserem Rechtsverteidiger. Und wir kommen dann leider nicht dran. Aber dafür ist Smolov da. Und ganz ehrlich, Leute. Wir denken natürlich ans Team. Auch wenn so ein Doppelfack gegen die Bayern schön gewesen wäre. 4 zu 0 Führung. Smolov mit dem Doppelfack. Mittlerweile auch mit Saisontor Nummer 6. Und damit führen wir einfach 4 zu 0 gegen die Bayern. Die gehen ja hier komplett zugrunde. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn. Für Sahin. Der wartet im perfekten Moment ab, um den Ball zu spielen. Und da ist jetzt Enrique Silva. Läuft komplett frei. Aus Tor zu 0. Oh, was war das denn für ein Gammelschuss? Ich hätte ihn wieder so gut rüberlegen können. Aber ich dachte mir, nein, den mache ich jetzt selber. Und so einen Ball verkacke ich dann. Und wie auch noch. Oh mein Gott. Wie schlecht ist das bitte? Das ist wirklich unfassbar. Wie kann man den nicht reinmachen? Oder wenigstens aufs Tor bringen. Ich meine, ich habe ihn ja nicht mal aufs Tor gebracht. Oh komm, das ist vorbei. Das ist vorbei. Sieben Paraden für Pavlenka am Ende. Spielt ihr nochmal kurz. Schiri kann das Ding eigentlich abpfeifen. Nachspielzeit ist schon längst vorbei. Und es ist unfassbar. Das Wunder von Werder Bremen, von dieser Mannschaft. Es ist tatsächlich passiert. Ich verstehe es nicht. Wir spielen 0-0 gegen den SC Freiburg. Und jetzt auf einmal 4 zu 0 gegen die Bayern. Die können es selber gar nicht fassen. Die können es selber gar nicht fassen. Thomas Müller und Co. Wurden hier einfach mit 4 zu 0 weggefegt. Weggefegt. Wollte ich eigentlich sagen. Ups, das muss ich leider zensieren. Und nach Hause geschickt. Unfassbar. Wirklich unfassbar. 4 zu 0 Sieg. Was ist das für eine Folge? Egal wie wir gegen Düsseldorf spielen. Die Folge bleibt auf jeden Fall im Kopf. Das bleibt hier definitiv in Erinnerung. Und ich habe glaube ich diese Folge hier schon gefühlt. Eine Million Mal definitiv gesagt. Durch den Sieg gegen die Bayern also Platze 5 in der Liga. Mitte 20 Punkten. Wir haben unsere Tordifferenz natürlich auch noch ordentlich aufgebessert. Mit so einem 4 zu 0 Sieg. 4 Tore nochmal oben drauf. Damit 21 Tore. 13 Gegentore gerade mal. Auch sehr, sehr solide. Wir sind auf jeden Fall oben dabei. Und der erste Champions League Platz mit den Frankfurtern auf 4. Mit 23 Punkten. Ist gar nicht mehr so weit entfernt. Nebenbei natürlich das Trainieren nicht vergessen. Und wir sehen, unser guter Enrique Silva ist tatsächlich auch eine Bewertung hochgegangen. Mittlerweile auf einer 79. Damit haben wir also auch einen Marktwert von beinahe 30 Millionen Euro mit 27,5 Millionen Euro. Und wir haben uns in dieser Saison alleine schon um 7 Gesamtbewertungen gesteigert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allen Dingen, welche Bewertungen wir zum Ende dieser Saison haben werden. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ich glaube viele von euch werden ja auch ein bisschen Erfahrung haben mit der Spielerkarriere. Wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle hier geguckt habt, dann schreibt einfach mal gerne den Hashtag Rating in die Kommentare. Und dann eben was ihr glaubt, was Enrique Silva zum Ende der Saison haben wird. Ich schätze mal sowas wie 84 oder 85 ist gar nicht mal unrealistisch. Weil man steigt ja nicht nur durch die Trainingseinheiten, sondern eben auch durch abgeschlossene Spiele, Dribblings und so weiter. Ich glaube es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Mich würde aber auch interessieren, was ihr meint. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Prediction oder Vorhersage für Enrique Silva zum Ende der ersten Saison. Und damit gehen wir jetzt auch ganz flott rein ins dritte Spiel der heutigen Folge. Gegen Fortuna Düsseldorf ein bisschen knapper und kürzer gehalten. Los geht's. Klassen. Ja, dabei kommt zu Small of Abgefailt. Und Straschica macht ihn rein und er macht ihn rein. Jawohl, 1 zu 0. 51. Minute. Und da ist unser Flügelfartner Raschica. Und wir jubeln gemeinsam mit ihm zusammen. Die Bros verstehen sich so langsam aber sicher immer mehr. Und da führen wir mit 1 zu 0. Sehr schön. Entstehung noch wieder bei uns. Klaassen kann ihn mal nicht kontrollieren. Small of's Ball wird abgefälscht. Raschica muss ihn nur noch reinmachen. Kommt aber natürlich auch dran. Und für ihn drittes Saison-Tor. Schöner Ballgewinn. Und jetzt spielt ihn im richtigen Moment. Small of spielt ihn im richtigen Moment. Und jetzt muss ich ihn nur noch reinmachen. Und ich mach ihn nicht rein. Ey, Mann. Das gibt es doch nicht. Immer irgendwas. Ich kann wirklich nur diese spektakulären Dinger, wie es aussieht. So ein. Ja, ganz ehrlich. Vom Schuss von der Flugkurve wäre der auch wieder 10 Kilometer am Tor vorbeigegangen. Aber trotzdem. Spiel gönnt einfach absolut nicht. Oh, der Ball kommt zu. Ich weiß noch nicht mal, wer es ist. Oder ist das Tor? 2 zu 0 Führung. 59. Minute. Und der Torschütz ist wieder Möwald. Wer soll es auch sonst sein? Kevin Möwald mit so einem Schuss. Aus dem Nichts wirklich. Ich hab selber nicht mal damit gerechnet. Wollte schon quasi aufhören. Ich sehe ihn zu kommentieren. Und dann ballert er das Ding da einfach rein. Das gab's kein Morgen. Unfassbar. Kevin Möwald neben uns. Ich würde mal sagen, der Shootingstar der Saison. Also wirklich. Das ist echt krass. Wie der hier die Tore macht. Das ist unfassbar. Und damit auch schon sein fünftes Saisontor. Genauso wie wir. Fünf Tore in der Saison. Stark. Definitiv. Also muss man ihn lassen. Zu Gute heißen. Dass der hier echt eine starke Saison spielt bisher. Und damit ist auch das dritte und letzte Spiel der heutigen Folge abgepfiffen. Ein souveräner 2 zu 0 Sieg gegen Düsseldorf. Fast gar nichts anbrennen lassen. Und dann haben wir auch eben hier die nächsten drei Punkte für die Liga geholt. Leider heute kein Score in dem Spiel. Aber trotzdem an sich. Keine schlechte Partie gemacht. Viele Chancen gehabt. Gut im Zusammenspiel gewesen. Und dann tun wir die nächsten drei Punkte. Und könnten vielleicht jetzt schon punktgleich sein mit Frankfurt. Das werden wir gleich sehen. Leider nicht punktgleich. Dafür aber zwei Punkte Abstand nur noch. Weil Leipzig, glaube ich, unentschieden gespielt hat. Und Frankfurt und Bayern damit vorbeigezogen sind. Aber dafür muss man sagen, vier Punkte vom siebten Platz. Das heißt, so international sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und haben auch ein bisschen Vorsprung. Das heißt, wir könnten sogar ein Spiel verlieren. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen alle Spiele gewinnen. Und ja, das soll es an der Stelle auch von der heutigen Folge gewesen sein. Der FIFA 19 Spieler Karriere. Wir nehmen noch mal eine Trainings-Einheit zum Abschluss mit. Und steigern uns auch in einzelne Werten. Aber leider noch nicht komplett in der Gesamtbewertung. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst natürlich sehr, sehr gerne Daumen nach oben da. Ansonsten abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, um in der Zukunft auch nichts weiteres mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auch direkt mit einem absoluten Kracherspiel zum Start gegen den BVB, unseren direkten Konkurrenten auf Platz 6 liegend. Alles in der nächsten Folge dann. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.